Im App-Test die Irmgard-App, Level 1. Mit der Irmgard-App kann Lesen und Schreiben gelernt werden. In Level 1 werden die Buchstaben des Alphabets eingeführt. Zuerst lernt ihr die Buchstaben A, E, I, O und U kennen. Das ist der Aal. Er fängt mit dem Buchstaben A an. Der Elefant beginnt mit einem E. Wenn ihr die Buchstaben kennengelernt habt, übt ihr sie zu schreiben. Haltet dafür ein Linienpapier bereit, auf dem ihr die Buchstaben nachschreiben könnt. In der nächsten Übung müsst ihr den angezeigten Buchstaben dem richtigen Bild zuordnen. Klickt auf die vier vorgegebenen Bilder und lasst euch die Wörter ansagen. Wählt in diesem Beispiel etwa aus, welches der vier Wörter mit einem E beginnt. Habt ihr alle Übungen zur jeweiligen Buchstabengruppe geschafft, könnt ihr mit den nächsten Buchstaben weitermachen. Nachdem ihr auch diese Buchstaben in verschiedenen Übungen kennengelernt habt, könnt ihr sie nun mit A, E, I, O oder U zusammensetzen. Aus A und M wird so zum Beispiel am. Lasst euch in der nächsten Übung eine Buchstabenkombination ansagen und findet heraus, aus welchen beiden Buchstaben sie besteht. Anschließend könnt ihr aus zwei Buchstabenkombinationen ein kurzes Wort bilden. Viel Spaß beim Lernen der Buchstaben und dem Bilden kurzer Wörter.